Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Murdered Soul Suspect. Ja, im letzten Part sind wir hier oben im Obergeschoss angekommen und wir werden jetzt mal in den Tatort reinschreiten. Hey, Broils! Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Okay, wir haben einen neuen Hinweis. Baxter sucht das Mädchen. Denn Baxter hat sich nach einer der vermissten Mieterinnen erkundigt. Sieht ganz schön verwüstet aus hier. Verdammt. Die war ein Geschenk meiner Mom. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Ja, das werden wir jetzt rausfinden. Wir schauen uns hier einfach mal um. Was haben wir denn hier? Flupp! Oh! Ein Mörder! So, der sieht... Also, was hat der Mörder getan? Ähm, jetzt müssen wir hier so zwei Begriffe raussuchen. Also, er sieht auf jeden Fall suchend aus. Und er sieht ziemlich zielsicher aus. Der suchende Mörder. Ein neuer Hinweis. Der Glockenmörder hat nach etwas gesucht. Oder nach jemandem. Wonach hat er gesucht? Ja, und dann können wir uns den Flashback jedes Mal wieder anschauen, wenn wir da Lust drauf haben. So, gehen wir mal hier in den Nebenraum. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Da ist auf jeden Fall was. Treffen mit Ronins Eltern Normal sind es die Verlobten, die nervös wegen dem Treffen mit den Eltern des Auserkorenen sind. Aber ich freute mich darauf und Ronins Eltern waren aufgeregt. Sie strauchelten, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ronins Dad fuchtelte die ganze Zeit mit seinen Händen herum, als versuche er, seine plumpe Natur zu unterdrücken. Es war süß. Und Lilian ist ein Rotjammant. So ein gutes Herz. Ich hoffe, Sie verstehen, wie sehr ich sie mag. Ja, hoffentlich. Bestimmt. Bestimmt. So, was haben wir hier noch? Eine Tasche. Ein- oder auspacken? Wenn jemand für die Abreise gepackt hat, warum sollten Sie das zurücklassen? Hm. Merkwürdig. Alles sehr merkwürdig hier. Was haben wir hier denn noch? Psychologische Kinderzeichnungen. Arbeitet die Mieterin mit Kindern? Die scheinen psychologische Skizzen zu sein. So, das war's hier im Raum. Ja, es tut mir leid. Ich, 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 ich hab ja schon am Anfang gesagt, im ersten Part, ich hab die ersten vier Sachen schon ein bisschen gespielt. Und deshalb kenne ich hier ein bisschen was, ähm, passiert halt. So, meine Primärwaffe. Mom's Geschenk. Ich hatte zwei Waffen und konnte es nicht mit ihm aufnehmen. Himmel. Tja, passiert. Mein Gott. Auch mit zwei Waffen ist man nicht Gott. Und da haben wir den letzten Boiler. Sehr schön. Jetzt kriegen wir eine Geschichte, die ich tatsächlich nicht kenne. Abgeschlossen. Geschichte ansehen. Eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Jetzt, dann gucken wir uns doch mal den Flashback an. Ich erinnere mich noch immer an die Anzeige für die Regal Apartments in der Zeitung. Viele sahen in ihnen nur schäbige, heruntergekommene Löcher. Aber ich, ich sah einen Ort mit Geschichte und Charakter. Ein Ort voller künstlerischer Inspiration. Bald war ich offizieller Mieter von Apartment 3A. Im Rückblick wünschte ich, ich wäre dort nie eingezogen. Meine neue Wohnung hatte mehr Charakter als erwartet. Die Teppiche waren merkwürdig feucht, die Rohre rostig, und ich konnte den Mieter unter mir hören, der gegen die Wände schlug und laut als schrie. Sicher, es gab noch andere Probleme, aber mit denen konnte ich leben. Womit ich nicht leben konnte, war Duschen mit braunem Wasser. Mysteriöse undichte Stellen, die den Teppich schimmeln ließen und dem nervigen Nachbarn. Ich rief den Klempner, der ankam, als ich gerade ein Würtchen mit dem Typen unter mir reden wollte. Als ich ihm die nassen Stellen auf dem Teppich zeigte, kratzte er sich am Kopf und erklärte, nichts leckte, und der Grund sei vermutlich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken. Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem, damit braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Beule liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf. Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden, doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Beuleraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort, aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. In dem alten Beuler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten. Die Polizei ermittelt noch in dem Mord und der Vermieter hat versprochen, den Beuleraum zu renovieren. Reihe A ist wieder zu haben. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder sauber fühlen werde. Was für eine abgefahrene Story. Oh mein Gott, das ist ja krank. Okay, scheinbar haben wir acht von diesen Nebenfällen, einen von diesen acht Sammelnebenfällen gelöst. Ziemlich coole Sache auf jeden Fall. So, jetzt widmen wir uns aber weiter unserem Hauptjob hier, nämlich herauszufinden, weswegen wir umgebracht wurden. Was haben wir denn hier? Kerzenständer. Anzeichen eines Kampfes. Meine Konfrontation mit dem Mörder hat zu einem wilden Kampf geführt. Oh, tatsächlich, wir sind ja dadurch auch runtergeflogen. Ähm, noch irgendwas hier auf dem Boden? Ne, aber hier. Hier ist was. Mein letzter Kampf. Ich wurde ziemlich übel herumgeworfen. Der Typ ist stark. Oh, ziemlich. Was haben wir hier? Einen Ausgang. Zerbrochen. Das Fenster, aus dem der Mörder mich geworfen hat. Joa. Okay. Oh, da war noch was. Können wir was sammeln? Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte. Ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen. Solange sie dann sicher ist. Okay. Cassandras Hauptsorge ist die Sicherheit ihrer Tochter. Ja, da haben wir scheinbar Erinnerungen der Profilerin. Ja. Wieder irgendeinen neuen Nebenfall entdeckt. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Statusabfrage der Vermisstmeldung. Bitte beachten. Das ist dieselbe Cassandra Foster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salems gearbeitet hat. Okay, ein weiterer Hinweis. Eine der vermissten Mieterinnen, Cassandra Foster, hat als beratendes Medium für die Polizei gearbeitet. Okay. Interessant. Können wir bei dir irgendwas machen? Können Gedanken lesen. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Na, hoffentlich. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Okay, dieser Typ hat scheinbar nur einen einzigen Gedanken. Auch okay. Okay, hier haben wir noch was, was flackert. Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier weg kann. Hier dürfen wir nicht raus. Gut. Kann man hier mit dem Zettel was anfangen? Nö. Ich will nicht durch die Wand. Ich will gucken, ob hier noch irgendwelche Hinweise sind. Nö, scheinbar ist nur das hier. Äh, enthüllen wir mal. Ah, ein Mädchen. Äh, ich würde sagen, sie versteckt sich. Sie ist verängstigt. Und sie ist beobachtend. Perfekt. Sehr schön. Die sich versteckende Zeugin. Es gab eine Zeugin meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Okay, wir haben 10 von 16 oder 9 von 14 Hinweisen. Wir dürfen jetzt erstmal versuchen, eine Antwort zu finden, denn sonst geht es nicht weiter. Warum war der Mörder hier? Ich würde sagen, zum einen wegen der sich versteckenden Zeugin. Ja. So. Und dann war der Mörder noch hier, weil wegen... Hm. Fehlt uns da etwa noch was? Ja? Doch, das ist korrekt. Okay. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Oh my God. Scheiß Kerl. Da bin ich also reingeplatzt. War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Okay. Genau wegen diesen Sachen finde ich dieses Spiel total genial. Dieses Zusammenpuzzeln. Man kriegt einzelne Flashbacks und hinterher hat man eine komplette Story zusammen. Finde ich total genial. Okay, wir können jetzt diesen Typen hier beeinflussen. Ähm. Was würde ihn dazu bringen, die Akte zu bewegen? Äh. Noch gar nichts, würde ich sagen. Wir müssen uns erstmal die Sachen hier angucken. Nicht zu erkennen. Das sieht aus wie die Zeugin. Aber was ist noch wichtiges auf den Bildern? Jetzt können wir ihn beeinflussen. So. Jetzt können wir nämlich hier diese nicht zu erkennenden Fotos ihm in den Geist quasi reinprügeln. Und dann schiebt er das auf. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Fotos der Zeugin. Hm. Fotos der Zeugin als Beweise eingesammelt. Kann ich es Ihnen ableiten, wo sie hin ist? Achso, wir haben hier noch was Neues. Ähm. Das gucken wir uns auch noch kurz an. Der Mörder ist vielleicht hinter dem Mädchen her. So. Ähm. Ja. Äh. Tatsächlich. Können wir hier was finden. Ähm. Das weiß ich tatsächlich nur, weil ich es schon mal gespielt habe. Sonst wäre ich da nie im Leben drauf gekommen und hätte da nie im Leben die vollen Wappen bekommen. Aber okay. Es geht um den Priester. Ein Foto eines jungen Mädchens und eines Priesters von der hiesigen Kirche. Ja. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Leine. Oh, natürlich, Liebesse. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Und wir haben einen neuen Hinweis. Die Kirche. Die Zeugin hält sich in der nahegelegenen Kirche auf. Sehr schön. Und damit können wir die Ermittlungen abschließen. Hast du da geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. So, finde die Spur des Mörders abgeschlossen. Ich muss das Mädchen, die Zeugin finden und rauskriegen, was sie weiß. Ähm. Ja. Irgendwie sagt er mir hier immer noch 15 von 16. Aber eigentlich müssen wir das Ziel erfüllt. Ne, es ist immer noch 15 von 16. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir jetzt hier die Wohnung verlassen. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Finde die Zeugin. Die Zeugin ist mein einziger Hinweis. Ich muss sie finden. Die Kirche ist meine größte Chance. Gut. Wir haben die Kirche in 116 Meter Entfernung. Da wollen wir jetzt hin. Äh. Ich denke mal, wir können durch den Zaun. Ja. Ist das hier ein Schiff? Hier ist auf jeden Fall ein Geist. Äh. Gucken wir mal uns kurz nach Dämonen um. Der Geist verschwindet auch sofort. Äh. Okay. Äh. Das ist jetzt tatsächlich Neuland für mich. Weil, äh. Letztes Mal war ich einfach langsamer. Dadurch, dass ich halt, ja, nicht, nicht so ganz intuitiv arbeiten konnte. Äh. Okay. Hier geht es nicht weiter. Ich würde gerne in Richtung Kirche. Achso. Nehmen wir diesen Weg. Verstecken. Gibt es hier irgendwo Dämonen? Ich sehe jetzt keine. So spontan. Da können wir uns auch verstecken. Aber im Moment sind hier keine Dämonen unterwegs. Das ist schon, schon gut. Aber da unten ist ein Hinweis. Ähm. Gucken wir mal, ob hier... Da hinten ist auch ein Hinweis. Ha. Wollen wir erst hier runter oder wollen wir erst da oben den... Oh, hier sind ganz viele Hinweise, verdammte Axt. Wir nehmen uns erst mal diesen Hinweis hier hinten mit. So. Hallo, Hinweis. Ich möchte dich mitnehmen. Gib her. Danke. Dieses Autotattoo. Ich musste nicht mal nach dem Tattoo zum Autodiebstahl fragen. Ich hasse es. Es ist protzig, geschmacklos, gewöhnlich. Er kann mein Missfallen spüren, aber ich schätze es zu spät. Alle Tattoos bringen die Gefahr des Bedauerns mit sich. Ja, ja. Tätowierungen, die... Entfernen? Oh, cool. Entfernen entdeckt. Sehr geil. Was können wir mit dir machen? Enthüllen. Noch 15 mehr zum Aufdecken der Geschichte. Eine ewige Flamme. Okay. Ja, scheinbar gibt es hier auch eine ganze Menge an Sidequests, die wir lösen können. Nein, ich werde hier ausdrücklich kein 100% Let's Play machen. Ich denke... Ich kann mir durchaus vorstellen, hier irgendwann mal selber 100% lösen zu wollen. Für ein 100% Let's Play hätte ich auch schon in der ersten Mission, glaube ich, die Wappen verschenkt. Ähm... Ja. Kannst du uns irgendwas sagen? Kannst du. Ja, komm, ich helf dir. Hör mal, ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich... ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist... bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich... Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ähm... Ich erinnere mich an viele Leute. Und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich... sehe immer wieder den Namen ohne Handset. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Wie ist die Dame am Strand gestorben? Antwort finden. Ja, dafür haben wir natürlich noch nicht den richtigen Hinweis. Das ist klar. Gucken wir uns mal kurz die Information dazu an. Äh... Hier. Wertgegenstände. Werftgelände. Sie scheint sich nicht an viel zu erinnern. Äh... Ich frage mich, worauf sich der Name Monahenset bezieht. Okay. Gut. Wir haben hier noch einen weiteren Hinweis. Den wollen wir natürlich einsammeln. Zeugenbeschreibung der Augen. Zeuge sah das Gesicht des Verdächtigen nur kurz. Viel vom Gesicht verdeckt. Aber der Verdächtige schien ein weißer Mann mit blauen Augen zu sein. Okay. Das kann schon gut helfen. Gut. Ähm... Das Spiel hat ja gerade gespeichert, als wir diesen Hinweis hier aufgedeckt haben. Und da uns die Zeit davon läuft, würde ich auch sagen, wir machen hier einen Cut. Ich hoffe, ich muss hier nicht weit hinlaufen beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel lade. Weil ich werde die Session jetzt beenden. Ich hoffe, ihr fiebert genauso mit wie ich. Ich finde... Ich kann es nur oft genug sagen. Ich finde das Spiel total toll. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es das Ende scheiße. Weil so gut Kritiken hat es nicht bekommen. Aber bis jetzt finde ich es echt super. Ähm... Wenn ihr es auch so gut findet, dann gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, sag ich. Keep Gaming. Und ciao.